Es ist absolut alles möglich für jeden von uns. Vieles, was wir wollen, haben wir nicht, weil wir glauben, dass es negative Konsequenzen haben könnte. Das ist das Einzige, was uns davon abhält, zu sein, wer wir sein müssen, um das Leben und das Business zu haben, das wir uns erträumen. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, herauszufinden, was es braucht, um alles zu haben, was ich mehr träumen kann. Die Antwort, die ich gefunden habe, ist simpel. Du musst alles sein. Dann ging die Reise weiter und es kam die Frage, wie kann ich denn alles sein? Und auch die Antwort ist simpel. Du bist es schon. Okay, alles klar, aber warum sehe ich es im Außen nicht? Weil du mit den falschen Augen schaust. Du schaust mit den Augen einer Person, die im Mangel ist und versuchst, die Erfüllung deiner Träume zu sehen. Das geht nicht. Ich bin aber nicht im Mangel. Ich habe mehr als genug, mehr Geld als viele und genug, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Was fehlt dann? Es gibt noch so viel mehr. Es scheint, als sei ich undankbar. Bin ich aber wirklich nicht. Ich bin wirklich dankbar. Aber wieso kann ich nicht mehr Schönes und Liebevolles erleben? Weil du dich nicht traust, mehr zu sein. Und dann entdeckte ich mein Divine Design. Und jetzt fließt alles in Freude und Liebe und wird immer mehr. Kommst du mit, auch auf deine individuelle Divine Design Reise für dein Business? Da du und dein Business eins sind, geht es auch hier nur um dich. Es ist eine großartige Reise. Discover your limitless self. Finde heraus, dass du grenzenlos bist.